Yo yo yo, Ladies und Gents, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Ja, letzte Folge haben wir ja schön die ganzen Cops abgehängt. Dann sind wir direkt auf dem Weg zu der nächsten Cops-Mission. Und zwar wäre die genau hier. Entschuldigung, tut mir leid. Wollte ich nicht. War unabsichtlich. So. Kleiden Sie sich wie ein High Roller an und passen Sie sich an. Boah. Richtiger High Roller. Gehen Sie zu den Dock. Zum Dock. Nehmen wir doch mal gleich die ganze, äh, die geile Carrier mit den einen Schuss löchert. Das ist richtig High Roller-Style. Boah, nein, 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 wow, wow. Ich habe gerade ein viel besseres Auto gesehen. Hallo, ich bin High Roller. Ups, das war Diebstahl. Naja, scheiß drauf. Dafür war es eine geile Recarrier. Für 10 Meter fahren. Das hat es mir übelst gebracht jetzt. Äh, wie komme ich hier rein? Ah, da. So. Perfekt. Besorgen Sie sich ein Boot. Wisst ihr was, wir fahren jetzt hier voll krass mit der Carre nach unten. Miau. Und parken die Carre im Brunnen. Was nicht geht, schade. Dann gehen wir mal kurz baden. Unsere Kleidung waschen und dann besorgen wir uns ein geiles Boot. Äh, na, wir nehmen das der hier. Das fette wäre mir zu langsam gewesen. Legen Sie mit einem Boot an, dem Sie EF in der Nähe eines Docks halten. Okay. Und fahren wir mal hier in Richtung, wo auch immer wir hinfahren. Ich glaube, zu einem Casino oder so. Wahrscheinlich zu einem Casino-Boot. Boah, die Schiffe da links sind geil. Das hätte ich mir besorgen müssen. Schaut aus wie ein Casino-Boot, ja. Eindeutig. So, langsam annähern. Hätte das eine Jade-Statue. Irgendwo. Äh, mein Gott. Langsam, habe ich gesagt. Naja. Äh, und dann mit F anlegen. Das andere einfach wegpushen. Ich will anlegen, Alter. Legen wir jetzt an? Haben wir angelegt? Ich glaube schon. Ja, perfekt. Reden Sie mit dem Türsteher, um in die Spielhülle zu kommen. Wo sind jetzt hier die Jade-Statue? Caution, du not enter. Alter, deine Mutter. Naja, scheiß drauf. Vielleicht ist die ja innen drin. Überzeugen. Wie geht's? Hey, so wie kommt ein Mann an die höchsten Stadteile? Du sprichst mit mir. Ich fühle mich besonders glücklich heute. Du bist immer willkommen hier. Ja, danke, Mann. Reden Sie mit der Animier-Dame. Erstmal will ich hier die Jade-Statue abholen. Was ist das? Naffe? Äh, wo sind die jetzt? Ah, da. Warte, ich mach dich jetzt fertig. Ist das so, wie du mit Sun An-Yi sprachst? Ich bin nicht mehr mit Sun An-Yi. Nur Geld spricht an diesem Tisch. Dann gehen wir die Gespräche. Habe ein Sehen. Ich freue mich, dass die Leute verloren ist. Ich sehe. Du willst das Spiel? Spielen sich vier Kombinationen in Poker-Majong. Was, wie viel Spiele? Oh, wir machen jetzt mal hier 5000. Ja, Quatsch. Machen wir 500. Einmal zu wenig. Damit ich mal sehe, wie das Spiel überhaupt geht. Was? Ablegen. Was heißt ablegen? Wir haben jetzt... Okay, dann lege ich mal die beiden ab und... Äh... Enter. Und jetzt? Ah. Jetzt habe ich noch einmal drei gleiche. Und ich habe auch drei gleiche. Dann lege ich die beiden hier nochmal ab. Und... Ziehen. Das er hat auch noch immer drei gleiche. Dann habe ich gewonnen, oder? Ja! Not bad. Spielen wir nochmal. Boah. Das ist wie Pokern. Und noch viel geiler. Da habe ich ihn fertig machen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Straight. Lassen wir so. Nein, nicht ablegen. Ich will halten. Alter, man. Straight. Wie geil. Ich bleib bei mir noch immer bei meinem Straight. Was hat der? Der hat gar nichts. Der hat zwei Dreier. Ja, locker, alter. Too bad. Was? Warum habe ich verloren? Ich hatte Straight, man. Was willst du? Ich verstehe das noch nicht. Vielleicht kriegen wir ein Full House. Zwei Paar. So, was haben wir hier? Drei, drei, sechs, 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 sechs. Full House. Passed. Was hat er? Er hat 66111. Ich glaube, es ist unentschieden, oder? Nein, gewonnen. Yes! Was hat der? Was hat der? Das hat der K-Bar. Was hat der K-Bar. Sehr sehr hekt. Und sie ist, äh, wie du sagst, in meinem Leben. Du wirst das Hand, ich sie dir. Du bist verrückt? Willst du eine bessere Mädchen? Was werde ich mit ihr tun, wenn ich sie will? Sie ist eine Leiter, keine Papier. Du kannst alles, was du willst mit ihr. Oh ja? Alles klar, Bruder. Cade Bar hat die heißen Mädchen in der Stadt. Und ich könnte eine andere Blonde benutzen. Außerdem, ich fühle mich lieb. Vier haben... Vier, vier. Äh... Nein, warte. Ich leg den da ab und behalte den. Vielleicht können wir noch mal ein Full House. Mal schauen. Müssen wir aber extrem Glück haben. Was haben wir? Drei, drei. Full House. Nice. Werden wir gewinnen jetzt? Und haben wir die Mission gefehlt oder so? Was? Ich hab den gerade ernsthaft fertig... Hallo. Du kommst all den Weg raus, um meine Zeit zu verbrauchen? Komm, spielen wir wieder. Warum sollte ich die Chance nehmen? Wenn du wirklich willst, möchtest du sie von mir kaufen? Ich bringe die Mädchen zum Zentrum. Okay, cool. Jetzt hab ich sie nicht verloren, sondern es zahlte dafür. Rufen Sie Liana an. Liana, es ist Wade. Hast du sie gefunden? Nicht, aber ich habe einen Mann gefunden, der sie hat. Und was machst du nächstes? Ich versuche ihn, um eine andere Mädchen zu nehmen. Ich folge ihn und sehe, ob er uns zu Katuszka führt. Die andere Mädchen? Du sprachst über mich, nicht wahr? Ja. 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 Okay. Nein! Was machst du, Mann? Verdammt, nur weil wir das Auto gestohlen haben und jetzt weniger Punkte bekommen, naja. Level ab? Nice. Jetzt kann man hier noch so leveln. Carbon, sie ein Fahrzeug werden sich von der Polizei verfolgt werden. Sinkt Weiss Druckstufe. Weiss. 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 So. Dann hier einsteigen und, ähm, haben wir den richtig fertig gemacht hier. Jade-Statue zurückbringen oder, ähm, noch eine Cobb-Mission. Ich glaube, wir machen noch die Cobb-Mission endlich fertig. Aber wir fahren da sogar mit dem Boot hin. Gebt euch das mal, ja. Das Boot ist schon verdammt langsam. Vielleicht gibt es ja ein Taxi-Boot oder so. Was ich nicht glaube. Warte, ich schaue schnell auf die Map, ob das in der Nähe ist. Ah, das ist direkt... Direkt, ähm, Meer. Das ist gut. Dann können wir hier schön gechillt mit dem Boot hinfahren. Boah. Aber es ist ein Heldenhand. Ich glaube, dass es sogar schneller ist mit dem Auto. Vor allem, weil man nicht auf den Verkehr achten muss. Ja, definitiv schneller, definitiv schneller als ein Auto. Vor allem, weil wir es ein geiles Boot genommen haben, nicht so ein langsames. So, wow, 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 hey, wow, chill dein Leben. Alter. Und jetzt ein bisschen langsamer fahren vielleicht. Perfekt. So, dann legen wir hier an. Anlegen, Junge. Ich bin doch perfekt angelegt. Boah, perfekt angelegt. So, da ist Ilyana. Yo, sexy Lady, what goes? Ja. Wo steckt er das jetzt bloß hin? Schau. Schau. Ich werde dir den ganzen Weg hinter dir sein. Danke, Wei. Ich mag wirklich die Hilfe. Ich weiß, Katushka will auch. Keiner anderen schaut nach einer Mädchen wie uns. Es ist gut, dass wir dich an unserer Seite haben. Das ist dein Freund? Ja. Ich habe sie gesagt, dass du dir das Immigration-Problem geben würdest. Oh, ja. Wir werden das ausprobieren. Komm schon, Honey. Und mein Geld? Und mein Geld? Lol. Was? Fotografieren? Okay, cool. Nehmen Silvianus Motorrad und dann... Boah, die hatte ein Motorrad. Was geht mit der bitte? Die war bestimmt voll reich und so. So, dann auf zum Aufsichtspunkt. Und mit dem muss ich jetzt aufpassen, dass ich ja nirgends anfahre. Weil sonst fliege ich von dem Rad runter und dann... Oh, das war extrem knapp. Und dann muss ich wieder 10 Minuten lang aufstehen. Ah, wir müssen jetzt das Boot verfolgen. Okay, cool. So, zum nächsten Punkt fahren. Die Mission ist ja alle richtig geil. Hey, das ist doch Lärme-Import. So, ganz genau. Hier. Zum nächsten Aussichtspunkt. Wie lange muss ich das jetzt machen? Warum halt, wenn ich einfach ein Boot nehmen kann? Nächster Aussichtspunkt. Wir sind doch viel schneller als der Typ. Wir haben noch 50 Sekunden. Das dürfen relativ easy-going sein. Wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle und der mir nicht hinten reinfährt. Wir sind doch nicht ٍ-Ges BIKE threadbar. Oh, die dramate Musik hörte es. So, und dann hier rein. Warten Sie auf die Ankunft des Bootes. Was zur Hölle? Verdammt! Hey, was machst du? Wir haben ihn alle! Ich danke dir so viel Spaß! Schwimmen sie hinein, der kann mich mal nicht. Ich fahre da rein. Nein, ich mache... Ich lege hier an. Passt auf. Ich lege hier an und steige hier aus. Perfekt. Ah! Ist der nicht gerade gegen mein Boot gefahren, oder? Gut. Fünden sie hier an. Okay, das war ja einfach. Ja, ich rette euch schon, meine Fresse. Schreit nicht so rum. You serious? Die haben Waffen? You serious? Kann ich hier bitte die Waffen nehmen? Danke. In die Eier. So. Ich habe fast keine Muni mehr. Das finde ich etwas unsozial. Geh doch dann da in Deckung. Genau, hier. Geh in Deckung. So, das dürfte jetzt relativ leicht werden. So. Easy going. Boah! Eine Pump. Not bad. Die mag ich. So, dann hier noch den Dressort öffnen. Oh Gott, da müssen wir einen Code eingeben. Und jetzt sowas nicht machen. Ja okay, dürfte nicht allzu lang dauern. Perfekt. Was kriegen wir? 2000. Und Messer. Das hat mir davor gebraucht. Aber ich glaube, wir nehmen mal das Sturmgewehr mit. Die Maschinenpistole hatten die auch. Was geht mit denen? Okay, volle Muni. Dann befreien wir mal die Leute. Oh, das Schloss auch noch knacken. Ja, aber okay. Kannst du uns von hier raus holen? Ja, kann ich. Okay, gib mir einen Moment. Verdammt. So, so, und... ...so, perfekt. Kein Problem, immer wieder gehen. Du bist nicht wie der anderen, Wei. Es ist etwas über dich. Du solltest einen hohen Profil halten lassen. Wei ist der größte Gangster, der ich weiß. Ich habe dir gesagt, du würdest uns schützen. Einfach so mit unserem Boot wegfahren. Gott. Unmöglich. Er schnackte Fischermann Lion in die gesamte Gang. Plus 22 Frauen, die sie in zwei anderen Bereichen halten. Das ist eines der Falle, die niemand anzunehmen war. Wenn du es nicht schraubst, hätte jede einer dieser Mädchen in die Prostitution gefordert werden. Oder schlimmer. Du hast eine wirkliche Unterschiede, Officer Shen. Danke. Das ist das letzte Pfeil, das ich örtet habe. Ich werde dich noch nicht mehr brauchen. Bleib sicher, Wei. Du hast hier vielleicht ein Taxi. Nein, aber du bleibst bestimmt stehen, weil du so nett bist. Vielen Dank. So, wir bringen jetzt noch kurz die Statue zurück. Und dann machen wir nächste Folge die Beerdigung. Oh Gott, warum habe ich wieder das Langsamste von allen Autos erwischt? Ist ja unglaublich. Warum produziert man überhaupt solche Autos? Entschuldigung, tut mir leid, kann ich nichts dafür. Das wäre ein Taxi gewesen. Das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. So, und dann hier rum und hier einmal rein driften und hier wären wir schon. Nice. Zack. Eine brauchen wir noch. Der Affe. Es muss schwer sein, dass in den USA in den USA in die Zeit gehalten wird. Ja, das dauert ein bisschen. Endlich kannst du eine andere Person werden. Ich denke, viele Leute machen das. Auch wenn sie nicht nach einer anderen Kultur gehen. Es scheint mir zu mir, dass der Trick ist, immer zu erinnern, wer du bist. Und vielleicht was es ist, was du machst. Weise Worte. Weise Worte. Weise Worte. So, was werden wir denn heute lernen? Äh, Armbrecher-Griff-Kombo. WTF. Das hört sich kompliziert an. So, also erstmal greifen und dann... Links, links. Zack. Oh. Brechen Sie dem Schüler den Arm. Soll ich ihm nochmal den Arm brechen? Aber gerne doch. Zack. Oh. Brutal. So, nochmal den Arm brechen. Der arme Schüler. Was? Zack. Wieso sind wir nicht tot? not bad not bad so dann machen wir aber hier einen kleinen coups und wir sehen uns nächstes mal bei let's play sleeping dogs